Und Andrea, wie findest du, habe ich es gut ausgewählt? Super siehst du aus, Luisa. Ja, das ist ja gar nicht so schwierig bei dir. Dein Laden hat immer wahnsinnig schöne Teile. Jedes Mal, wenn wir die Vlogs machen, die wir schon seit Jahren machen, finde ich immer, ich bin top angelegt. Und das kommt immer extrem gut an, dank meiner Followerschaft Community, dass ihr da immer schön reinschaut. Aber heute sind wir nicht irgendwie auf Lucache, sondern wir sind bei dir im Laden hinein. Wie lange gibt es schon La Tienda, Andrea? La Tienda gibt es schon über 40 Jahre. Da muss ich reinziehen, oder? Da habe ich mit meiner Karriere gestartet, vor 40 Jahren, als Model. Und ich war schon da. Genau. Und dieses Jahr neu, renoviert alles, es sieht fantastisch aus. Das machen ihr Sinne, du und deine Mami, gell? Genau, ja, schön, dass es dir gefällt. Ja, sehr, sehr. Und vor allem wollen wir eine coole Spring, also Essentials zeigen für den Frühling und für den Sommer. Und ja, ich habe jetzt mal meinen ersten ausgesucht. Wir haben beide gestartet mit dem Schuh, gell? Wir haben uns da für einen Schuh entschieden und der drinnen verliebt. Von welcher Marke ist der? Die sind von Hiteinander. Andrea, du hast immer wieder neue Brands. Das, was ich jetzt trage, sind komplett neue Brands. Ich kenne von dir Lysla Raida. Also da hast du immer so, wo ich schon jahrelang damit zusammenarfe. Aber dieses Mal habe ich wunderschön neue Brands. Wie heisst die überhaupt? Die Hose, die du an hast, die Lederhose ist von Ayasse. Und der schöne Kaschmir-Pulli ist von Lisa Young. Und der Mantel ist von Harry Swarth. Das ist auch eine ganz neue Brand, die wir haben. Wie machst du das? Wie suchst du dir die Brands aussuchen? Das sind meistens einfach Brands, die mir selber persönlich gefallen, die ich irgendwo sehe, sei es online, auf Instagram oder auch einfach sonst, wenn ich mal unterwegs bin, vielleicht auch mal im Ausland irgendwo. Also du bist auch immer neugierig auf Mode, gell? Absolut. Immer die Augen offen gehalten, aber sie passen perfekt in dir. Was hast du mir als zweites Outfit vorbereitet? Als zweites Outfit haben wir eine schöne Sidenhose für dich von Momoni. Ah, meine Sidenhosen sind total aktuell und mega cool. Also ich kann sie jetzt mal ausprobieren. Im Frühling sind Farben immer ein grosses Thema und natürlich auch Prints. Was ist im Moment welche Prints? Aber ich starte schon mal bei der Farbe, und zwar das Lila oder das Fleider. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den so viel einsetzen würde. Die, die mich auf Instagram folgen, die sehen, Luisa im Lila-Rausch. Ich finde es eine wunderschöne Farbe. Sie ist lieblich, sie lässt sich eben auch mit Film kombinieren und wirkt dort zu allem sehr, sehr frisch. Und bei den Prints sieht es so aus, dass sie nicht darum herumprintete Hosen anzulegen, vor allem auch aus fliessen zu sein. Sie müssen eine gewisse Leichtigkeit reinbringen und man nennt sie die Pyjama-Hosen. Aber mit natürlich sehr viel Coolness. Und die, die ich jetzt hier habe, finde ich gewaltig. Und auch wie ich es hier kombiniert habe, ist es ein schöner Look für den Tag. Aber man kann es auch sehr schick kombinieren, auch von Abend. So als Tipp finde ich, man kann nicht genug Unterteile haben. Dort fehlt es oft, dass man gute Basic hat. Was natürlich bei LaTienda nie das Problem hat, die Andrea kauft immer wunderschöne Basic-Teile. Der, den ich jetzt trage, ist auch so ein Seidenbluesli, der nicht ganz weiss ist. Also es ist gebrochen weiss und lässt sich zu allem wunderbar kombinieren. Man kann natürlich auch darunter ein bisschen casual gehen und zum Beispiel auch so ein Bluesli anlegen. Das ist natürlich vom Material her viel, viel mehr casual. Und dazu eine Turnruhe kombinieren. Oder es lässt so viele Möglichkeiten, wie man möchte, die Hosen eben auch ein bisschen präsentieren. Also ich finde, so wie ich es jetzt kombiniert habe, finde ich sie mega toll. Aber wie gesagt, Möglichkeiten daraus sind natürlich sehr, sehr viele. Wir tragen jetzt die gleichen Jeans, nur du bist ein Feinöckchen, weil die sieht alles anders aus als bei mir. Aber ihr Seine, die sitzen einfach immer bei dir, die Jeans. Kommen Sie eigentlich aus der ganzen Schweiz zu dir zur Jeansposten. Und natürlich noch vieles mehr. Ja, wir haben schon Kundinnen aus der ganzen Schweiz, da wir ja einen Onlineshop haben. Da haben wir wirklich Kundinnen von überall, die bei uns gestellten. Ja, weil Sie sind ja nicht im Puls des Geschehwittike, oder, dass ich das mal erkläre, beim Jötliberg, der ist auf dieser Seite, der Jötzki. Genau. Aber es ist so eine schöne Oase, bei dir fühlt man sich einfach wohl. Und der Umbau, ich meine, der Laden hat schon vorher fantastisch ausgesehen. Warum? Ja, wir wollten eigentlich mit dem Umbau die über 40-jährige Geschichte der La Tienda für die nächste Generation weiter schreiben. Das heisst, deine Tochter muss hier arbeiten? Vielleicht einer meiner Söhne. Das sind nämlich zwei Söhne, die sind zu herzlich. Du bleibst jetzt ein wenig drinnen und deine Mom. Und ich mache das nämlich irrsinnig. Ich finde immer, das ist wirklich so eine modische Oase bei euch. Und es ist trotzdem, obwohl es gerade nicht gerade das Pulsieren der Stadt ist, man ist trotzdem schon ein Mütiger. Es ist einfach zu finden und schöne Parkplätze. Der Laden ist wirklich sehr einladend. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht nur online zu posten. Und online ist eure Adresse www.la-tienda.ch Und sonst einfach vorbeikommen, oder? Genau. Wunderbar. Und was trage ich jetzt überhaupt? Wenn du schon da bist, muss ich dich ja auspressen, oder? Also wir tragen die gleichen Jeans von Citizen of Humanity. Ja. Turnschuhe, beide von Hihandern. Ich mache immer ein gutes Füttchen, habe ich immer wieder in der Hose. Hahaha. Das ist richtig. Ich muss es noch mal zeigen. Und dann? Und die Sidenbluse, die ist von Joyce with Girls. Und was empfiehlst du denn auch? Die coolen Turnschuhe habe ich noch. Immer Plan B natürlich. Schau dir das an. Die schönen Sandalen sind natürlich auch irrsinnig dazu. Genau. Die haben wir noch im Sortiment. Die sind von Ancient Greek Sandals. Oh. Ich sehe mega aus. Gold ist immer noch ein Thema. Absolut. Wir bleiben bei Gold. Auch hier wieder im Detail. Liebe zum Detail. Gute Qualität. Das macht es eben aus. Und natürlich eine sehr sympathische. Oder deine Mama ist nicht da, aber ein sympathisches Duo. Das ist La Tienda.